Ja hoi und willkommen zu einem Cybertruck Special. Der Tesla Cybertruck wird ja nun in den USA sehr bald ausgeliefert werden und wir nutzen diese Gelegenheit, um euch mit den letzten Informationen rund um den Elektro-Edelstahl-Pickup zu versorgen. Wir sprechen über, wann kommt der Cybertruck, wie wird die finale Serienversion des Cybertruck aussehen, wie wird die finale Qualität sein, wie viel PS hat der Cybertruck und die Performance-Version, kommt der Cybertruck in verschiedenen Farben oder Folierungen, wie viel kostet der Cybertruck und warum könnte er bereits im Mai 2025 nach Deutschland kommen oder kommt er auch nicht. So, bevor wir starten, hier oben könnt ihr den Cybertruck bei Insider Drive vorbestellen. Am Ende des Videos geben wir euch dann noch mehr Infos, ob und wann der Cybertruck tatsächlich nach Europa kommen wird. Falls euch der Cybertruck noch zu schräg ist, dann könnt ihr in unserem 6-Monate-Test-Abo ein anderes E-Auto ausprobieren, zurückgeben oder behalten, wenn es euch natürlich gefällt. Hier oben findet ihr mehr Infos dazu. Ausgeliefert wird natürlich im All-Inklusive-Abo von Insider Drive mit allem, was zu einem Auto dazugehört, inklusive Winterreifen, Vollkaskoversicherung, Anmeldung, Wartung etc. und vieles mehr. Den Strom, den müsst ihr natürlich selbst laden. Das Ganze zu einem übersichtlichen Preis im Monat. Und natürlich keine Sorgen wegen Wertverlust und auch wegen des Akkus. So, 2 Millionen Reservierungen zu je 100 US-Dollar hat die Cybertruck-Studie angezogen, die vor fast vier Jahren im November 2019 von Tesla präsentiert wurde. Neuigkeiten und Spekulationen rund um das ikonische Elektrofahrzeug, die brodeln aber jetzt gerade in der Community. Darunter vor allem die Frage, kommt er jetzt denn tatsächlich so? Also, genau so. Ja, also bis auf kleine Veränderungen, wie zum Beispiel kürzere Außenabmessungen, der Scheibenwischer, der natürlich an der Frontscheibe ist, die Seitenspiegel und andere Kleinigkeiten wird der Cybertruck genau so aussehen, wie Tesla in seiner unglaublichen Studie 2019 gezeigt hat. Alleine damit macht Tesla etwas möglich, was wir bisher so nicht kannten. Und zwar, dass Autohersteller uns etwas in einer Studie zeigen und dann auch genauso abliefern. Ob man jetzt das Design mag oder schrecklich findet, ob man Tesla mag oder auch nicht, das spielt gar keine Rolle. Für das alleine hat Tesla unseren Respekt verdient. Und sie zeigen uns ein Auto und in einer Studie, spielen natürlich mit unseren Emotionen, mit unseren Gedanken, mit unserer Vorfreude und liefern es dann aber auch so, stattdessen, dass sie ein ganz anderes Auto dann auch liefern. Daumen nach oben, wenn euch das genauso gefällt und ihr mehr Hersteller sehen wollt, die uns Studien zeigen, die wir schlussendlich dann auch fahren können. Also, Daumen nach oben. So, werfen wir jetzt einen Blick auf die jüngsten Entwicklungen des Tesla Cybertruck. Wir fangen an mit den Master Candidates. Die Master Candidates sind entscheidende Prototypen, die zur finalen Überprüfung und Genehmigung vor der Massenproduktion entwickelt werden. Joe Tektmeier, der für seine Drohnenflüge über die Gigafactory Texas bekannt ist, hat kürzlich Videoaufnahmen dieser Prototypen geteilt. Diese Fahrzeuge sind von entscheidender Bedeutung für Tesla, da sie die letzten Schritte vor der Serienproduktion repräsentieren. Sollte das Exekutivteam von Tesla, also angeführt von Elon Musk natürlich, die Zustimmung für diese Prototypen geben, wäre dies ein klares Signal für den unmittelbaren Produktionsstart. Am 25. September hat die Begutachtung durch das Team schon stattgefunden und wir sind gespannt zu erfahren, was dabei herausgekommen ist. Wann wird der Tesla Cybertruck aber jetzt nun ausgeliefert? Die Geschwindigkeit, mit der Tesla agiert und diese Prozesse, die wir gerade besprochen haben, voranbringt, lässt jedenfalls darauf schließen, dass die Auslieferungen tatsächlich, wie aus Insiderquellen berichtet werden, bereits im Oktober 2023 beginnen könnten. Davor wird es natürlich ein Tesla Delivery Event, also ein Auslieferungsevent geben. Die Kleidung dafür, die wurde vor kurzem an die Mitarbeiter auch bereits ausgegeben, was ebenfalls dafür spricht, dass das Event bald stattfinden wird. Die Cybertruck Launch Party könnte einer der spektakulärsten Events von Tesla überhaupt werden. Warum ich das glaube? Nun, es ist ja bekannt, dass das Projekt Cybertruck das Lieblingsprojekt von Elon Musk bei Tesla derzeit ist und dafür auch die Produktion des Tesla Roadster 2 zum Beispiel verschoben wurde. Es wird also ein Event, was in die Geschichte eingehen könnte, zumindest in die Geschichte von Tesla. Optische Verbesserungen und Qualitätssicherung des Tesla Cybertruck. Ja, immer wieder wurden Cybertruck-Prototypen von Tesla ausgestellt und von vielen Leuten besichtigt und begutachtet, da das Interesse groß ist. Und da gab es auch immer wieder Kritik an der mangelnden Qualität und Ausführung des Pickups. Nun hat es aber kontinuierliche Verbesserungen gegeben und der bekannte Tesla Insider Gregor Truck hat vor kurzem darauf hingewiesen, dass die neuesten Cybertrucks eine deutlich erhöhte Montagequalität aufweisen. Einige dieser Änderungen beinhalten zum Beispiel einen perfekt bündigen Kofferraum, der die aerodynamischen Eigenschaften verbessert und die optimierte Laderaumabdeckung, die eine engere Passform bietet. Zusätzlich zur verbesserten Außenseite hat Tesla auch das Innere überarbeitet, wobei hochwertigere Kunststoffe und Materialien verwendet werden. Das aktualisierte Lenkrad ist ja eine Mischung aus dem Yoke-Lenkrad vom neuen Tesla Model S und X und dem traditionellen Lenkrad. Also könnte hier in Bezug auf die Ästhetik als auch Qualität ein Mittelweg sein. Wie könnte die Super-Performance-Variante des Cybertrucks aussehen? Elon Musk ist ja bekannt für seine Easter Eggs und Andeutungen über kommende Produktionsentwicklungen in kryptischen Posts auf Twitter und Social Media oder X, wie es jetzt natürlich heißt. Zu den verfügbaren Versionen des Tesla Cybertruck hat Elon Musk nun folgende Aussage gemacht. Man beachte, das kommt von einem Geschäftsführer der größten Unternehmen weltweit. Ich zitiere, I just drove the performance Cybertruck today and it kicks ass next level. Ja, was soll man dazu sagen? Er ist ein Performance-Cybertruck gefahren und es hat ihm einen Arschtritt der nächsten Generation verpasst, so könnte man das übersetzen. Nicht nur das Design, sondern auch die Leistung dürfte also durchaus beeindruckend sein. Ja, wie viel PS wird der Cybertruck denn nun bekommen? Offizielle Daten zur Leistung gibt es von Tesla ja wie gewohnt nicht. Tesla spricht auf seiner Website nur von einer maximalen Beschleunigung von in der Tri-Motor-Version von 0 auf 60 MPH, also 0 auf 60 Meilen pro Stunde, was 0 auf 96,6 Kilometer pro Stunde entspricht, in 2,9 Sekunden, was für ein Pickup-Truck irre ist. Eine Anhängerlast von 6.300 Kilo, also 14.000 Pounds und einer maximalen Reichweite von 800 Kilometer. Die Datenbank EV Database, die listet die Tri-Motor-Allrad-Variante derzeit mit 600 kW, das sind 815 PS, Leistung, 1400 Newtonmeter Drehmoment und 210 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit. Sagt aber auch dazu, dass es sich hier bisher nur um Schätzungen handelt. Wissen werden wir es erst, wenn er verfügbar ist. Im Dezember 2021 sprach Elon aber auch von einer zusätzlichen Vier-Motoren-Variante. Spannend wird, wie der Cybertruck im Vergleich zu anderen High-Performance-Pickup-Trucks oder Fahrzeugen auf dem Markt bestehen wird und wie er sich hier schlägt. Was sagt ihr dazu? Wird der Cybertruck alles bisherige in den Schatten stellen oder hat Ford oder Rivian bereits den besseren Pickup-Truck herausgebracht? Ab damit in die Kommentare. So und jetzt schauen wir mal, welche Farb- und Designoptionen wir im Cybertruck bekommen werden. Der Tesla Cybertruck hebt sich auch dadurch ab, dass er keinen Lack besitzt und auch nicht braucht. Denn er besteht aus blankem, ultrafestem, 30-mal kaltgewalztem Edelstahl, der den Vorteil hat, besonders langlebig und robust zu sein. Die Außenhaut des Cybertrucks soll auch gegen Dellen, Schäden und vor allem gegen Korrosion besonders widerstandsfähig sein. So kann man endlich entspannt zum Supermarkt fahren und in erster Reihe parken, ohne Angst haben zu müssen, die nächste Delle vom Einkaufswagerl oder von der Autotüre mitzunehmen. Danke, Tesla, an dieser Stelle. Wir freuen uns drauf. Wem aber auch sehr feine Kratzer im Edelstahl stören, für den hat Elon Musk die perfekte Lösung, denn er hat schon mal davon gesprochen, dass Tesla eine optionale Wolfram-Cabit-Beschichtung anbieten könnte, die den Pickup kratzfest für alles unterhalb eines Diomanten machen würde. Wenn diese spezielle Beschichtungslösung nicht realisiert wird, gibt es aber immer noch Hoffnung, denn Franz von Holzhausen, der Chefdesigner von Tesla mit dem schönen Namen, erwähnte Anfang des Jahres, dass Cybertruck-Fahrer in der Lage sein werden, alle Kratzer selbst auszubessern. Erreicht werden kann dies durch ein spezielles Finish, das Tesla auf die Karosserie des Cybertrucks aufträgt. Wenn man den Cybertruck aber in einer anderen Farbe als Edelstahl haben möchte, dann bleibt einem nur die Folierung. Einige Beobachter haben ja schon verschiedene Cybertrucks mit unterschiedlichen Folierungen in freier Wildbahn gesichtet, was Spekulationen darüber anfordert, ob Tesla vielleicht auch selbst schon eine offizielle Fahrzeugfolierung anbieten könnte. Welche Farbe oder Folierung würdet ihr denn gerne am Tesla Cybertruck sehen oder euch selbst gestalten? Ab damit in die Kommentare. Ja was kostet der Tesla Cybertruck? Ja hier wurde ja ein Basispreis von 39.000 US-Dollar von Tesla selbst im Jahr 2019 genannt. Inzwischen hat Elon Musk aber bereits davon gesprochen, diesen Preis aufgrund von Inflation und anderen Faktoren nicht halten zu können. Demnach gehen aktuelle Schätzungen derzeit von einem Basispreis von um die 60.000 US-Dollar aus und die Performance Variante könnte um die 80.000 US-Dollar oder mehr kosten. Für Europa, Deutschland und die Schweiz und Österreich würde das bedeuten, dass es bei einem Startpreis von um die 64.000 Euro losgehen könnte, denn Tesla oder die Tesla Preise sind in den USA um circa 7% geringer als in Deutschland. Das bringt uns dann auch gleich zur Frage, wann kommt denn der Cybertruck nach Deutschland? So dazu schauen wir uns mal die Zeit an, die Tesla benötigt um ein neues Modell insgesamt Zulassungen und allem was dazugehört nach Europa zu bringen. Die Auslieferungen des Tesla Model 3 begannen ja in den USA im Juli 2017 und in Europa wurde das Model 3 dann im Februar 2019 ausgeliefert, also 19 Monate danach. Rechnet man beim Cybertruck mit einer ähnlichen zeitlichen Abfolge und er wird jetzt bereits im Oktober 2023 in den USA ausgeliefert, dann wäre er im Mai 2025 in Europa zu erwarten. Aber bekommt der Cybertruck in Europa überhaupt eine Straßenzulassung? Nun die meisten Experten sind sich da einig, dass der Cybertruck nie nach Europa kommen wird, denn dafür müsste die aktuelle Grundstruktur des Fahrzeugs signifikant geändert werden. Hauptbedenken sind dabei die passive Sicherheit, also wegen der robusten Bauweise absorbiert der Cybertruck bei einem Aufprall nicht ausreichend Energie, zumindest wird das derzeit vermutet, was zu erheblichen Risiko natürlich für die Insassen führen würde. Was sagt Elon Musk dazu? Auch er meint, dass der Cybertruck primär für den nordamerikanischen Markt entworfen wurde und eine international straßentaugliche Version weitgehende Designanpassungen erfordern würde. Zusammengefasst sind die Chancen also tatsächlich sehr gering, dass der Cybertruck zu uns kommt, aber ein paar Einzelgenehmigungen könnten wir auch in Europa zu Gesicht bekommen und wer weiß, was die Zukunft uns noch so Schönes bringen wird. So, kommen wir zum großen Fazit am Ende des Cybertruck Specials. Nun, nach unserem April-Scherz mit Arnold Schwarzenegger am Anfang des Jahres haben wir euer großes Interesse an diesem Fahrzeug gesehen. Danke nochmal an alle, die damals einen Cybertruck per InstaDrive bestellt haben. Ich hoffe, wir konnten uns dafür mit einer Kleinigkeit oder Aufmerksamkeit bei euch revanchieren. Wir werden auch schauen, dass wir den Cybertruck für einen Test bekommen und euch weiterhin up-to-date halten und freuen uns natürlich, wenn ihr den InstaDrive-Kanal hier abonniert und dem Video auch hier ein Like verpasst. Es gibt ja wöchentlich hier tolle Videos über Elektroautos und die wichtigsten News sowie Lieferzeiten, Faktenchecks und viele, viele Specials. Ich bin Matthias, kurz Meteor und für euch voll elektrisch unterwegs. Der Hype um den Tesla Cybertruck, der nimmt in den USA jetzt nämlich wieder richtig Fahrt auf. Natürlich freuen sich auch viele hier in Europa auf den Tesla Cybertruck. Auch ich würde mich freuen, dieses Fahrzeug hier zu sehen. Das Warten war jetzt lang, aber es scheint so, dass die Auslieferung des Tesla Cybertrucks tatsächlich in greifbarer Nähe ist, zumindest in den USA. Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Überraschungen Tesla für dieses futuristische Projekt bereithält. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wollt, dass er einfach zu uns nach Deutschland, Österreich und die Schweiz kommt, also nach Europa oder sagt, er ist mir egal, Cybertruck sieht schräg aus, sieht cool aus, was auch immer, aber er soll drüben in den USA bleiben. Ich finde das Projekt spannend überhaupt, dass Tesla es schafft, eine Studie wirklich zu präsentieren und dann auch so auf die Straße zu bringen und würde mich freuen, wenn ihr uns natürlich abonniert und weiterverfolgt, was wir mit dem Cybertruck machen. Vielleicht gibt es hier noch bald eine coole und tolle Überraschung. Ja, ansonsten gibt es nur eines zu sagen noch, schaltet ein beim nächsten Video, fahrt elektrisch und liebt das Leben. Ahoi!